Der Steuerversand für Ihre automatische Steuererklärung. Das ist Markus. Er erledigt Dinge am liebsten digital per Tablet oder PC. Auch seine Einkommensteuererklärung will er künftig komplett papierlos abgeben. Wie das geht? Mit dem neuen Steuerversand in seiner Visus-Software. Diesen Service muss Markus persönlich beauftragen. So ist sichergestellt, wer die Erklärung abgibt. Hierfür zeigt er seinen Personalausweis bei einem Videogespräch über das Smartphone oder die Webcam. Oder er weist sich in einer Postfiliale aus. Das braucht Markus nur ein einziges Mal zu machen. Danach kann er die aktuelle und alle folgenden Einkommensteuererklärungen papierlos einreichen. Markus' Steuererklärung ist fertig und schon schickt er sie mit einem Klick ab. Ganz ohne Papier. Mit dem Steuerversand spart er Papier, Druckkosten und Zeit. Denn die Erklärung kommt sofort beim Finanzamt an. So kann Markus die Abgabefrist auch dann einhalten, wenn er mal spät dran ist. Sogar Belege und Quittungen muss Markus nicht mehr mitschicken. Denn das Finanzamt fragt gezielt nach, falls es diese sehen möchte. Markus bewahrt seine Belege einfach auf und reicht sie nur auf Nachfrage ein. Mit der Steuerbox als App und in seiner Visosoftware geht das besonders bequem. Markus ist begeistert. Mit seiner Visosoftware erledigt sich seine Einkommensteuererklärung fast wie von selbst. Und das völlig ohne Papier. Der Steuerversand. Jetzt kostenlos Nutzen in ihrer Visosoftware und auf steuer-web.de.